Musik Ich fühle mich auf jeden Fall sehr stolz. Das Gefühl einfach, ich wurde angenommen. Man sieht unterschiedliche Herkunft, aber was alle gemeinsam haben, die sind ungeheuer lebhaft und interessiert. Diese großen Ziele hätte ich vielleicht nie gehabt, wenn ich nicht bei Start gewesen wäre. Dass es ein Förderprogramm gibt, speziell für Menschen mit einer Migrationsgeschichte, das berührt mich wirklich sehr. Eine Gemeinschaft zu finden, die weiter treibt, das macht für mich wirklich das aus, was Start ist. Wenn ich mir Ziele in den Kopf setze, dass ich die auch mit Unterstützung erreichen kann. Die Begeisterung, endlich wieder gemeinsam diese Aufnahmeveranstaltung durchzuführen, überwiegt. Ihr formt die Gesellschaft und wenn ihr gut seid, dann ist es die Gesellschaft am Ende hoffentlich auch. Die Begeisterung, endlich wieder gemeinsam diese Aufnahmeveranstaltung durchzuführen. Das ist die Gesellschaft am Ende hoffentlich auch.